Hallo und herzlich willkommen zum vierten Vortrag, zur vierten Sendung unserer Serie Vom Schatten zum Licht. Live auf www.bibel-prophetie.ch oder www.joelmedia.de Wir freuen uns, dass so viele Menschen zuschauen und uns auch Feedback geben. Ganz besonders möchten wir natürlich all diejenigen begrüßen, die eigentlich diese Serie live vor Ort hätten erleben sollen in Bern. Also ein ganz besonderes Willkommen, Grüezi an alle Berner. Aber natürlich freuen wir uns über alle Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der ganzen Schweiz. Übrigens, wir sind danach gefragt worden, ob es die Aufnahmen auch dann zeitnah anzusehen gibt. Und die ersten Aufnahmen sind bereits online. Man kann auf YouTube natürlich die entsprechenden Mitschnitte sehen und auch auf www.joelmedia.de gibt es bereits die Vorträge der bisherigen Abende und die kann man sich anschauen. Und insbesondere am ersten Abend, wo wir ja die Tonprobleme leider hatten, in den ersten 20 Minuten haben wir dort eine Aufnahme, die gut zu verstehen ist und wo man alles mitbekommen kann. Wir wollen wie jeden Abend natürlich nochmal darauf hinweisen, dass es Bücher kostenlos gibt, die man anfordern kann. Zum Beispiel dieses wunderbare Buch Vom Schatten zum Licht. Dieses Buch hat auch dieser Serie ein bisschen den Titel gegeben. Und neben diesem Buch gibt es noch das Buch Der Sieg der Liebe, eine Beschreibung des Lebens Jesu in einer ganz außergewöhnlich schönen Art und Weise und auch ein kleines Büchlein mit dem Titel Der rettende Weg, in dem so die absolut wichtigsten Grundsätze eines christlichen Lebens, wie finde ich inneren Frieden, wie finde ich Jesus Christus, beschrieben werden. Alle diese drei Bücher gibt es kostenlos, man kann sie gerne anfordern auf der Internetseite www.bibel-prophetie.ch Und einige haben davon schon Regengebrauch gemacht und dazu möchte ich uns alle ermutigen. Wir haben natürlich wie an jedem Abend auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und das soll auch heute wieder möglich sein im Live-Chat. Und wir wollen am Beginn, wie auch die anderen Abende, einige Fragen aufgreifen, die gestern Abend noch offen geblieben sind. Die erste Frage heißt hier, rein hypothetisch, wenn Christus nicht hingerichtet worden wäre, hätte er ewig gelebt. Da er ja nie gesündigt hätte und der Sünde soll, der tot ist, hätte Jesus trotzdem ewig gelebt. Sehr gute Frage, gut mitgedacht. Nun die erste Frage, hätte er ewig gelebt, ist interessant, weil man sagen muss, er lebt ewig. Die Bibel sagt uns ganz eindeutig in Hebräer Kapitel 7, dass er jetzt, während wir hier reden, dass er im Himmel für uns als lebendiger, hoher Priester dient. In Hebräer 7, Vers 25 heißt es, Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt. Um für die einzutreten, Offenbarung 1, Vers 1 heißt es, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. In ihm ist das Leben, so sagt es Johannes 1, Vers 4. Nun, warum oder was wäre passiert, wenn er nicht hingerichtet worden wäre? Nun, hier ist ein ganz wichtiger Punkt zu bedenken und wir hoffen, dass wir auch an diesem Abend noch einmal in dem Thema heute das nochmal ganz besonders deutlich herausstellen können. Jesus ist nicht gestorben, weil er an einem Kreuz hing. Ich würde sogar so weit gehen und das werden wir wahrscheinlich morgen im Laufe des Themas ein bisschen herausarbeiten können, dass Satan versucht hat, durch die Kreuzigung ihn sogar noch davon abzuhalten, für die Menschheit zu sterben. Aber um es ganz deutlich zu sagen, Jesus starb nicht wegen einer Verurteilung durch Pontius Pilatus, er starb wegen meiner und deiner Sünde, denn dazu war er ja gekommen. Das heißt, er ist nicht gestorben, weil er selbst gesündigt hat oder weil er einen Angriff erlebt hat, sondern weil er meine und deine Sünde getragen hat. Wir haben ja in Jesaja 53 eindeutig gelesen, dass Gott alle unsere Schuld auf ihn geworfen hat. In Jesaja 53 und dort heißt es in Vers 5, Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wie Jesus diesen Tod, der tatsächlich, wie es hier richtig gesagt worden ist, der Sold der Sünde ist, erlebt hätte, konkret, lässt sich nicht so ohne weiteres ganz klar sagen, ohne dass man es vielleicht in Spekulation verfällt. Aber eins ist sicher, Gott der Vater hätte dafür gesorgt, dass Jesus, der sich freiwillig diesem Plan der Erlösung hingegeben hat, aufgrund unserer Sünde, auf die ein oder andere Weise gestorben wäre. Wenn man die Analogie von 1. Mose 22, die wir gestern uns angeschaut haben, nimmt und auch Zacharja zum Beispiel, wo es heißt, Schwert erwache gegen meinen Freund, gegen meinen Gefährten, nimmt, dann bekommt man den Eindruck, dass Gott selbst Wege und Möglichkeiten gehabt hätte, dafür zu sorgen, dass Jesus als unser Stellvertreter, als das Lamm Gottes, für uns sterben kann. Die zweite Frage ist gestellt und bezieht sich auf Matthäus 22, 1 bis 14, das berühmte Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Das haben wir in diesen Vorträgen zwar nicht behandelt, aber ist kein Problem. Ihr könnt gerne auch Fragen stellen, die über das hier Gesagte hinausgehen. Wir werden übrigens am Freitag über dieses Gleichnis, über das Thema, das hier angesprochen wird, ein bisschen mehr noch sagen. Aber die Frage ist gestellt, wieso wurde der nicht angemessen gekleidete Mann vom Fest ausgeschlossen? Er war doch spontan eingeladen, das stimmt. Und wie gesagt, wir werden ein bisschen mehr am Freitagabend noch dazu sagen, aber man kann zumindest schon mal so viel verraten. Das große Thema in diesem Gleichnis ist das Kleid, das Hochzeitskleid in Matthäus 22. Und dort in Vers 12, da als der König ihn beurteilt und die ganze Gäste anschaut, heißt es hier, er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er war verstummt. Dazu muss man wissen, dass im Alten Orient in jener Zeit, wenn man eine Hochzeit plante, man nicht nur Hochzeitskarten, Einladungskarten verschickte, sondern, das muss man sich mal vorstellen, da würden wahrscheinlich viele heute bankrott bei gehen, den geladenen Gästen auch entsprechendes Kleid zukommen ließ. Als Geschenk. Also Hochzeiten waren wahrscheinlich damals noch teurer als heute. Jeder geladene Gast bekam ein Kleid geschenkt. Wenn man ohne dieses Kleid, wie in diesem Fall hier bei der Hochzeit, auftauchte, dann machte man damit deutlich, dass man dieses Geschenk gering geachtet hatte. Um es hier also geht, dass jemand, der durchaus der Meinung ist, gehört zur Gemeinde Gottes und folgt Jesus irgendwie nach, aber er hat das Geschenk der Erlösung gar nicht wirklich persönlich für sich in Anspruch genommen. Und wie sich das zeigt, das werden wir insbesondere am Freitag dann genauer anschauen. Letzte Frage. Wie konnte Abraham wissen, dass es Gott war, welcher ihm gesagt hat, er soll Isaac opfern? Jetzt hätte ja auch Satan sein können. Los, nimm deinen Sohn und geh ihn töten. Klingt ja schon sehr danach, dass ihn jemand zur Sünde verleiten möchte. Wie konnte Abraham dies unterscheiden? Eine ausgezeichnete Frage, eine wirklich gute Frage. Und hier kommen wir an einen Bereich, wo wir keine Patentantwort geben können, die einfach so rein intellektuell uns befriedigen könnte, weil es hier um etwas sehr viel Tieferes geht, nämlich um Vertrauen. Wir haben ja gestern gesehen, dass Abraham schon zu einem früheren Zeitpunkt Gott glaubte, dem Wort Gottes glaubte. Das hat damit zu tun, dass Abraham Stück für Stück Gott kennengelernt hat. Gott hätte niemals diesen Glaubenstest ihm gegeben, am Anfang ihrer Beziehung, ihres Kennenlernens sozusagen. Wir sehen im Leben von Abraham, dass er immer wieder vor ähnliche Tests gestellt worden sind, die klein begannen oder verhältnismäßig klein und dann sich immer mehr gesteigert haben. Er hat zunächst einmal den Auftrag bekommen, sich von seinem Heimatland in Ur und seiner Verwandtschaft zu trennen, dann von seinem Vaterhaus, dann später von seinem Neffen Lot, dann noch später von seinem Sohn Ismail von der Hager und schließlich dieser Tests, sich von dem Sohn Isaac zu trennen. Abraham hatte über Jahrzehnte die Gelegenheit gehabt, Gottes Stimme und sein Wirken in seinem Leben kennenzulernen. Und Gott wirkt in jedem Leben anders und auf eine andere oder im konkreten Teil anders. Die Prinzipien, mit denen er wirkt, sind immer dieselben. Aber wir haben unterschiedliche Charaktere, wir haben unterschiedliche Lebenssituationen. Gott wirkt individuell. Und jeder von uns hat das Vorrecht, solch ein Freund von Gott zu werden, wie es Abraham gewesen ist. Wir haben das Vorrecht selbst, die Stimme Gottes zu unserem Herzen zu erkennen, wenn er in seinem Wort zu uns spricht. Wenn er vielleicht auch durch die Natur spricht oder durch ein klares Wirken in den Umständen unseres Lebens, wo wir sehen, hier hat Gott seine Hand im Spiel. Und je besser wir ihn kennenlernen, desto mehr können wir auch seinem Wort vertrauen. Und desto mehr kann er uns auch in besondere Situationen bringen. Es fällt auf, dass die härtesten, in Anführungsstrichen, die härtesten Tests, gerade die Menschen der Bibel durchlebten, die besonders eng mit Gott gelebt haben. Hiob zum Beispiel. Oder wie gesagt, Abraham. Ein Salomo oder ein Simson hätten wahrscheinlich diesen Test gar nicht so bestanden. In besondere Situationen zu geraten, ist also mitunter auch ein Hinweis darauf, dass Gott besonderes Vertrauen in uns hat. Und ich denke, wenn die Bibel davon spricht, dass Abraham ein Freund Gottes war, dann zeigt sich das an dieser Stelle, dass er, obwohl der Inhalt der Botschaft so unverständlich war, er doch ganz klar die Person dahinter erkannte, weil er schon seit Jahrzehnten mit ihm gegangen ist und sein Freund gewesen ist. Und so haben wir auch das Vorrecht, Gott persönlich kennenzulernen als unseren Freund. Herzlichen Dank für diese wunderbaren Fragen. Ich freue mich schon auf die Fragen, die jetzt auch während dieses Vortrags wieder gestellt werden im Live-Chat. Und einige werden wir dann am Ende des Vortrags wieder aufgreifen. Wir wollen jetzt natürlich zu unserem eigentlichen Hauptthema kommen, nämlich Zeichen, Zeiten und Zukunft. Das Evangelium nach Daniel. Und bevor wir mit diesem Thema, das auch in gewisser Weise zentral sein wird für unsere Vortragsreihe Prophetie mit Jesus sicher in die Zukunft, bevor wir damit anfangen, wollen wir wie jeden Abend natürlich ein kurzes Gebet sprechen. Und ich lade dich, lieber Freund, liebe Freundin dazu ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr Danke sagen, dass wir aus deinem Wort leben dürfen, wie wir gestern es gesehen und gelernt haben, dass die Verheißung deines Wortes sich erfüllen, dass die Prophezeiungen eintreffen, dass dein Wort große Kraft hat. Und Herr, wenn wir jetzt in einer besonderen Prophezeiung etwas lernen über Jesus, über dich und auch über uns, dann möchten wir dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist zu unseren Herzen sprichst, und dass wir die Wahrheit erkennen, wie sie in dir ist. Halte du alle Störende fern und sei du jetzt unser Lehrer. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Noch einmal möchte ich kurz zu Beginn auf die Corona-Krise zu sprechen kommen. Wir haben ja am ersten Abend schon einiges dazu gesagt. Viele Menschen fragen sich, wie diese Krise im Licht biblischer Prophetie einzuordnen sind. Und selbst wenn Menschen sich nicht besonders gut mit der Bibel oder der Prophetie auskennen, haben sie doch den Eindruck, dass hier etwas Epochales geschieht und sie möchten wissen, wo stehen wir im Strom der Zeit? Wohin geht die Reise? Ist das vielleicht ein besonderes Zeichen? Ein Zeichen der Zeit? Vielleicht ein Zeichen, dass das Ende nahe ist? Ohne weiter über die Corona-Krise als solches reden zu wollen, so viel kann ich verraten. Das Wort Corona-Krise oder Corona-Virus kommt in der Bibel natürlich nicht vor. Wir haben schon gesehen, dass von Seuchen und Pandemien die Rede ist und wir werden am letzten Abend noch mehr davon sagen. Aber ich möchte diese Idee aufgreifen, die so oft zu hören ist von einem Zeichen, einem Zeichen der Zeit. Woher kommt dieser Begriff, dass viele Menschen nach solchen Zeichen suchen, die ihnen sagen, in welcher Zeit sie leben? Traditionell, wenn man Christen fragt, werden vor allem die berühmten Zeichen der Zeit in Matthäus 24 genannt, die Kriege und die Kriegsgerüchte und die Erdbeben und die Hungersnöte und die Seuchen. Und wie gesagt, wir werden am nächsten Samstagabend noch etwas mehr darüber sprechen. Woher kommt diese Idee der Zeichen der Zeit? Das hat sich nicht irgendein Pastor oder Evangelist oder irgendein Reformator ausgedacht. Nein, es kommt direkt von einer Aussage von Jesus, der diesen Begriff geprägt hat, die Zeichen der Zeit. Allerdings waren die Umstände, als er diesen Begriff verwendet hat, ein bisschen anders. Er kam gerade mit seinen Jüngern über den See Genezareth gefahren und traf in der Nähe von Magdala auf der Westküste des Sees auf eine Gruppe von Sadduzeern und Pharisäern. Und die wollten von ihm ein Zeichen, ein Zeichen am Himmel. Im Alten Testament lesen wir, dass es dort zum Teil gigantische Zeichen gegeben hatte, die Gott gewirkt hatte, um Wunder zu tun. Und die Pharisäer und die Sadduzeer, so sagt es die Bibel, wollten Jesus herausfordern und sagten, zeig uns sein Zeichen am Himmel, um deine Macht zu beweisen. Und Jesus geht dann auf dieses Ansinnen eigentlich gar nicht wirklich ein, weil er hatte ihm schon mehr als genügend Zeichen seiner Göttlichkeit und seiner Sendung gegeben. Aber er dreht den Spießer ein bisschen um und sagt, ihr seid in der Lage, den Himmel zu beobachten. Ihr schaut, ob der Himmel rot oder am Abend oder morgen ist und könnt dann so wie gute Astronomen oder gute Wetterfrösche sozusagen erkennen, wie das Wetter sein wird. Aber Jesus sagt Folgendes. Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewetter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Jesus sprach hier also zu Menschen, die, wie wir am ersten Abend gesehen haben, sich sehr für die Probleme der Gesellschaft und der Politik interessierten, die zum Teil unterschiedliche Meinungen hatten. Ja, die Sadduzeer waren sehr oberigkeitshörig und wollten alles dem Zeitgeist entsprechend machen. Die Pharisäer waren mehr nationalistisch und auf Widerstand gepolt. Und zu beiden Gruppen sagt Jesus, ihr wollt ein äußeres Zeichen sehen, aber ihr erkennt die Zeichen der Zeit nicht. Es gab also Zeichen, Zeichen, die andeuteten, in welcher Zeit sie sich prophetisch befanden. Aber diese Menschen erkannten die Zeichen nicht. Nun, von welchen Zeichen der Zeit hat Jesus hier gesprochen und welche Zeit war denn angebrochen? Er selbst hat immer wieder gepredigt, wie hier zum Beispiel in Markus 1, Vers 14 und 15. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus predigte nicht einfach nur gute Nachrichten. Er sagte, wenn er gute Nachrichten predigte, die Zeit ist erfüllt. Irgendeine Zeit war ans Ende gekommen, irgendeine Zeitprophezeiung hatte sich in seinem Leben erfüllt. Das Thema der Zeit war für Jesus wichtig. Früher habe ich gedacht, dass Jesus einfach damit gemeint hat, naja, es wurde irgendwann mal Zeit, dass er kommt. Die Zeit ist erfüllt. Aber wie wir heute Abend sehen werden, verbarg sich hinter dieser Aussage, die Zeit ist erfüllt, sehr viel mehr. Und dazu wollen wir noch einmal zurückgehen an die Geschichte, die wir vor zwei Abenden angefangen haben, uns zu betrachten. Nämlich die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Wir erinnern uns an diese Situation, als dieser Dornbusch dort gewesen ist. Mose dort vom brennenden Dornbusch, die im brennenden Dornbusch die Stimme Gottes hört mit folgendem Auftrag. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen. Wir haben am Montagabend nicht weiter darüber gesprochen, wie das eigentlich vonstatten ging. Da wollen wir heute ein bisschen einsetzen. Wie damals schon erwähnt, die Israeliten waren in Ägypten Sklaven. Sie mussten Lehmziegel herstellen und für die Bauten des Pharao sich knechten lassen. Und Gott hat diese Geschichte benutzt, um ganz grundsätzlich zu zeigen, wie er erlöst. Nämlich aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft. Und wir haben ja gelernt, Knechtschaft ist genau das, was wir erleben, wenn wir von dem Virus der Sünde infiziert sind. Die Erlösung aus der Knechtschaft von Ägypten sollte zeigen, wie Gott von der Sünde errettet. Und Mose bekam jetzt den Auftrag, zurückzugehen zu seinem eigentlichen Volk, zurückzugehen nach Ägypten, um ihnen dort zu sagen, der Herr unserer Väter, der Gott unserer Väter, der Väter Abraham, Isaac und Jakob ist mir erschienen, nicht wahr? Und er will euch retten. Nun, Mose ging nicht einfach mit leeren Händen zurück, sondern er brachte mit sich ein besonderes Buch. Ein Buch, in dem er all die Geschichten unter der Inspiration des Heiligen Geistes aufschrieb, die in all den Jahrhunderten zuvor passiert waren, an denen das Volk Israel erkennen sollte, wer dieser Gott ist und was er schon alles in der Vergangenheit getan hat. Dieses Buch kennen wir heute mit dem Namen Bershid, im Anfang. Wir nennen es heute meistens Genesis oder Erste Mose. Und in diesem Buch, das Mose mit nach Ägypten brachte und das er dann vermutlich auch den Israeliten gepredigt hat, erfuhren sie von ihrer eigenen Geschichte, ihrer Identität, ja von der Geschichte der ganzen Welt, wie sie geschaffen worden ist, wie die ersten Kapitel der Bibel berichten, wie der Mensch gemacht worden ist im Bilde Gottes aus Staub von dem Angriff des Satans, der versucht hat, dieses Bild zu zerstören mit einigem Erfolg, indem er die Menschheit verführte und dann natürlich, wie Adam und Eva darauf hineingefallen sind, sündigten und wie dann Gott selbst schon im Garten Eden einen Plan der Erlösung ihnen zeigte, ein Versprechen machte, die erste Prophezeiung, dass er den Satan und die Sünde besiegen würde. Geschichten von der weltweiten Sintflut und natürlich von den Vätern, die zur Zeit von Mose und den Israeliten schon 400 Jahre alt gewesen waren, also vor 400 Jahren gelebt hatten sozusagen. Also mit anderen Worten, wenn der Mose über Abraham predigte in Ägypten, dann war das ungefähr so, als wenn jemand von uns heute über Reformatoren spricht, also um 1600 vielleicht oder so. Die Israeliten wussten vielleicht noch so ungefähr, da gab es ein Abraham, da gab es ein Isaac, ja die haben was mit einem Gott erlebt, aber über die Generation hinweg war viel von dem Wissen verloren gegangen. Und jetzt erfuhren sie wieder diese spannenden Berichte, wie Gott im Leben dieser damaligen Menschen gewirkt hat und wie er sie Schritt für Schritt geführt hat, die Geschichte vom Berg Moria zum Beispiel und wie sie dort im Land Kanan gelebt hatten und wie dann einer ihrer Vorfahren, der Josef, verkauft worden war von seinen eigenen Brüdern nach Ägypten und dort in Ägypten, wo sie jetzt waren, zum, wir würden heute sagen wahrscheinlich Großvisier aufgestiegen ist, zu einem der wichtigsten Beamten, dem Zweiten hinter dem Pharao und wie dann die ganze Sippschaft von Jakob aufgrund einer großen Hungersnot den Weg nach Ägypten fand und so verstanden die Israeliten jetzt, als Mose durch das Buch Bereshit erste Mose zu ihnen predigte. Deswegen sind wir in Ägypten und so ist das alles gekommen. Sie verstanden ihre Geschichte, ihre Identität, aber sie wussten, wir haben einen Gott, der in der Vergangenheit Großes bewirkt hat, der viel getan hat und nicht nur das. Das Buch Bereshit endete mit einer spektakulären Prophezeiung, nämlich genau dieser Josef hatte kurz vor seinem Tod, kurz bevor er dann einbalsamiert wurde, er als Mumie in Ägypten, wie das ja die Tradition dort gewesen ist, noch vorhergesagt, dass sie nicht ewig in Ägypten sein würden. Wir lesen in 1. Mose 50 und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe. Aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat, das Land, wo man im Buch 1. Mose schon davon gehört hatte, die einzelnen Orte in Sichem und bei Hebron, all diese Orte, die dort beschrieben waren, die würde Gott ihnen geben. Gott würde kommen, er würde sie heimsuchen, was nichts eider bedeutet, als er würde sie zu Hause aufsuchen, er würde sich ihrer annehmen, er würde sie erlösen aus Ägypten. Hier war eine Botschaft, die war hoffnungsvoll. Hier offenbarte sich in der Bibel sozusagen, die Bibel war damals relativ klein, bestand im Wesentlichen aus diesem Buch Bereshit, und dem Buch hier. Und hier war also dieser Gott, der sich offenbarte und der ihnen zeigte, was er mit ihnen vorhatte und das Volk war begeistert. Was für eine Botschaft, was für eine wunderbare Botschaft der Errettung und der Erlösung, was für eine wunderbare prophetische Vorhersage. Und so lesen wir in 2. Mose 4, Vers 31, Da glaubte das Volk, und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, dann neigten sie sich an, neigten sie sich, Verzeihung, und beteten an. Hier war also ein ganzes Volk. Das hatte einen Prediger, der zu ihnen predigte über die Vergangenheit, der ihnen zeigte, wie Gott gewirkt hatte, und sie glaubten dem Wort Gottes, sie glaubten der Prophetie und beteten Gott an. Es gab nur ein Problem. Und das war die Realität. Denn in der Realität wurden sie erst mal gar nicht frei. Diese Realität stand ihnen entgegen, in der Person genau dieses Pharaos, der sich weigerte, sie ziehen zu lassen. Und obwohl sie dem Wort Gottes glaubten, dass sie doch frei werden sollen, obwohl sie die Prophezeiung für wahr erachteten, wurden sie nicht frei. Und das hat sie ziemlich geschockt und entmutigt. Mose selbst war verzweifelt. Es heißt in 2. Mose 5, Da warnte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinen Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt und du hast dein Volk gar nicht errettet. Ist es dir vielleicht auch schon mal so gegangen, lieber Freund, liebe Freundin, dass du in der Bibel eine wunderbare Sache gelesen hast, eine Verheißung, eine Prophezeiung und du sie geglaubt hast und gedacht hast, jetzt wird alles besser und dann wurde alles schlechter? Das passiert. Und es passiert hier nicht zufällig. Manchmal, wenn wir uns wieder zu Gott wenden, wenn wir ihn wieder richtig kennenlernen und seine Verheißung in Anspruch nehmen wollen, dann geht unser Leben scheinbar erst einmal bergab. Mit den Israeliten wurde es schlimmer. Ihre Lasten wurden noch schwerer. Von Errettung scheinbar keine Spur. Lasst ihn nicht entmutigen, wenn scheinbar zuallererst gar nichts passiert, im Gegenteil, alles noch schlimmer wird. Gott sitzt am längeren Hebel. Während Mose schon am Verzweifeln ist, sagt Gott und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob, erschienen als Gott der Allmächtige, hebräisch El Shaddai. Aber mit meinem Namen Herr, und hier steht das sogenannte berühmte Tetragrammaton, J-H-W-H, wovon niemand ganz genau weiß, wie es ausgesprochen wird. Das ist auch nicht unser Thema. Aber mit meinem Namen Herr, habe ich mich ihnen nicht geoffenbart, um das mal ganz runterzubrechen. Was Gott sagt ist, du kennst die Geschichten von Abraham, Isaac und Jakob. Und ja, ich habe ihnen mich offenbart als Gott der Allmächtige, aber sie kannten noch nicht den Namen, den ich dir jetzt hier in dieser Zeit offenbaren möchte. Mit anderen Worten, nicht nur werde ich nicht Dinge tun, wie sie damals getan worden sind, nein, ich werde größere Dinge tun, von denen Abraham, Isaac und Jakob noch nie was gehört haben. Gott ist nicht ein Gott der Vergangenheit. Nicht nur ein Gott der alten, schönen Geschichten, sondern ein Gott, der in der Gegenwart noch Größeres tun kann, als er mit all den großen Glaubenshelden der Vergangenheit getan hat. Glaubst du das? Mose glaubte das. Und so ging es los. Gott sandte eine Plage nach der anderen. Die ersten Plagen wurden noch imitiert von den Wahrsagern und Zauberern Ägyptens. Ja, das Wasser wurde zu Blut und die Zauberer Ägyptens machten es genauso. Und dann kamen die Frösche und auch das konnten noch die Zauberer nachmachen. Also in dem Kampf zwischen dem Gott des Himmels und den Göttern Ägyptens stand es erst einmal 2 zu 2. Aber dann kam die nächste Plage, die dritte Plage und schon dort gaben die weisen Ägyptens auf. Sie sagten, das ist der Finger Gottes. Das können wir nicht mehr imitieren. Das ist zu mächtig. 3 zu 2 für Gott. Aber Gott hört nicht auf mit einem knappen Sieg. Er sendet eine vierte Plage, eine fünfte Plage, eine sechste, siebte, achte, neunte, um zu zeigen, dass seine Macht so viel stärker, so viel größer ist, als die Macht des Satans mit all seinen Illusionen und Imitationen. In diesem Wettstreit zwischen dem Gott des Himmels und der Religion Ägyptens siegt Gott nicht knapp, so knapp wie das Ergebnis der US-Wahl jetzt sein wird, ganz egal, wer gewinnen wird. Nein, in diesem Streit siegt Gott mit weitem Vorsprung. Und einige dieser Plagen waren so spektakulär, dass Mose dann aufschreibt, so etwas war noch nie geschehen in Ägypten. Und er musste das wissen. Er hatte ja jahrzehntelang am Hof gedient. Er kannte sich aus mit der ägyptischen Geschichte. Als der Hagel fiel und dann die Finsternis war, sagt er, das war spektakulär. Naturkatastrophen, wie sie niemals vorgekommen sind in der langen Zivilisation Ägyptens, außer an diesem Tag. Eine Naturkatastrophe nach der anderen kam. Aber die Knechtschaft hörte nicht auf. Obwohl Gott eine Plage nach der anderen sandte, immer größere Register zog, immer schwere Geschütze auffuhr sozusagen, blieben die Israeliten Sklaven. Sie kamen nicht frei. Die Frage stellte sich, was soll Gott denn noch tun, um sein Volk zu befreien? Und dann kam sie, die zehnte Plage. Und sie brachte die größte Waffe, die Gott in jeden Kampf hineinbringt. Die Waffe, die unbesiegbar ist. Ein Lamm. Ein Lamm. Ein Lamm. Ein einjähriges, makelloses Lamm. Wahrscheinlich haben die Israeliten sich gefragt, was soll das? Kann ein Lamm das vollbringen, was all der Hagel und die Finsternis und die Heuschrecken und die Stechmücken nicht vermögen? Gott sagte durch Mose, dass dieses Ereignis so epochal sein würde, so episch, dass sogar der gesamte Kalender der Hebräer sich ändern sollte. Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Bis dahin, so ist sehr stark zu vermuten, hatten die Hebräer einen Herbst-zu-Herbst-Kalender. Das heißt, im Herbst begann das neue Jahr. Aber jetzt befand man sich gerade im Frühjahr und Gott sagt, ab jetzt soll euer Neujahr nicht mehr im Herbst sein, sondern im Frühjahr. Monat Aviv. Oder wie er später dann nach dem babylonischen Exil Nisan genannt worden ist. Übrigens kann man sogar sehen, dass es so eine Veränderung von Herbst zu Herbst, zu Frühjahr zu Frühjahr Kalender sogar auch in anderen Ländern des Nahen Ostens dann später gegeben hat. Zum Beispiel in Babylon. Redet zu den ganzen Gemeinden Israels und spricht. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm für jedes Haus. Was sollte mit diesem Lamm geschehen? Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum vierzehnten Tag dieses Monats. Bis zum vierzehnten Aviv, dem vierzehnten Nisan. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Das Lamm soll sterben. Keine einfache Sache. Vor allem dann, wenn man vielleicht in der Familie Kinder hat, die in den vier Tagen sich mit diesem kleinen süßen Lamm angefreundet haben. Es sollte sterben. Aber nicht nur das. Es wurde noch scheinbar verrückter. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Ganz ehrlich, wenn sie heute Abend nach dem Vortrag bitte nicht machen, sich Blut nehmen würden, Tierblut, und an ihre Türpfosten streichen, was würden wohl am nächsten Tag ihre Nachbarn sagen? Wahrscheinlich, dass sie nicht ganz bei Trost sind, oder? So ähnlich haben wahrscheinlich auch die Ägypter reagiert, als die Israeliten anfingen, an diesem Tag ihre Türpfosten mit Blut zu bestreichen. Vielleicht hat es jemand gegeben, der gedacht hat, müssen wir wirklich das Blut an unsere Türen streichen? Reicht es nicht, wenn wir einfach das Lamm schlachten und einfach das Blut so für uns irgendwo im Hinterzimmer behalten? Gott sieht ja in das Innere, oder? Nein, sie sollten sich öffentlich bekennen, vor aller Welt sozusagen, zum Blut des Lammes. Denn wie heißt es hier in diesem Vers weiter? Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde, in jener Nacht. Als das Blut an die Türpfosten gestrichen war, ging der Todesengel durch ganz Ägypten, alle Erstgeburt starb von allen Menschen, von allem Vieh, aber überall dort, wo das Blut an der Tür war, ging der Engel vorüber, verschonend, kein Tod, traf das Haus, das mit dem Blut des Lammes bedeckt war. Und noch am selben Abend, noch in der selben Nacht, keine 24 Stunden später, nachdem das Blut an den Türpfosten angebracht worden war, noch in der selben Nacht, waren sie freie Menschen, die Ägypter haben sie förmlich rausgeschmissen. Es hat sich tief eingebrannt in das Denken Israels. An dem Tag, als wir das Blut des Lammes an die Türpfosten strichen, waren wir freie Menschen. Der Todesengel ging vorüber. Passa. So hieß dann dieses Fest. Und Gott führte sie aus Ägypten hinaus in einer Wolkensäule, die bei Nacht sich in Feuer verwandelte. Und damit ganz an dieses Feuer erinnerte, mit dem Gott sich offenbart hatte am Berg Sinai, dem Mose im brennenden Dornbusch. Die Geschichte geht hier noch weiter. Wir werden sie allerdings morgen weiter verfolgen. Der Vortag heute Abend und morgen Abend sind eigentlich wie Teil 1 und Teil 2, die ineinander gehen. Deswegen unbedingt bitte morgen Abend nicht verpassen. Wir springen jetzt ein bisschen um den Bogen für heute Abend gut fahren zu können und den thematischen Bogen gut zu finden. Jahrhunderte später befand sich dieses Volk, das durch das Blut des Lammes aus der Knechtschaft herausgeführt worden war, wieder in der Knechtschaft. Diesmal nicht in Ägypten, sondern in Babylon. Ungefähr 900 Jahre später schreibt einer der Propheten dort, Daniel. Er schreibt, wie er selbst versucht zu verstehen, wie das passieren konnte, nachdem Gott sie in das gelobte Land geführt hatte. Und das ist die Kurzfassung einer sehr traurigen Geschichte. hatten die Israeliten über Generationen, über Jahrhunderte immer mehr Untreue als Treue gezeigt, waren immer mehr den Götzen nachgefolgt als dem wahren Gott. Es gab es immer wieder Lichtblicke und Höhepunkte, aber es ging meistens mehr wegab als bergauf und irgendwann waren sie wieder zurück in der Sklaverei in Babylon. Und als Daniel, der Prophet, die Jahrhunderte zurückschaut und überlegt, wie konnte das passieren? Übrigens, das kann auch passieren uns, wenn wir vielleicht einmal mit Jesus gewandelt sind, mit Jesus gelebt haben, ihn angenommen haben und dann Stück für Stück uns wieder von ihm entfernt haben, wieder uns mehr unserem eigenen Ich zugewandt haben und in Sünde gefallen sind und in Sünde verharrt sind und irgendwann uns wieder von Gott getrennt haben. Das kann sehr wohl passieren. Als Daniel auf der Suche nach einer Antwort wieder in der Bibel liest, entdeckt er das Problem. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade den bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir werden morgen mehr noch drüber sprechen, was das eigentlich hier bedeutet und warum der Daniel das sagt. Aber eins ist klar, sie hatten das Gesetz Gottes übertreten. Wir haben schon gelernt, was das Gesetz Gottes ist, nämlich Gott ist die Liebe und er ist es. Immer, wenn ich darauf vertraue, dass Gott das Beste für mich will, dann folge ich seinem Ratschlag. Aber genau das hatten sie nicht geglaubt. Gott hat ihnen gesagt, keine Bündnisse zu machen mit den Heiden um sie herum, aber genau das hatten sie getan und hatten sich zum Götzendienst verführen lassen. Und es war eine ganz deprimierende Sicht, als Daniel die Jahrhunde zurückschaut, sieht er, wir haben einfach genau das Falsche getan und obwohl Gott uns durch Propheten gewarnt hat und immer wieder uns zur Umkehr gerufen hat, haben wir all das ignoriert. Hast du es auch schon erlebt in deinem Leben, dass du zurückschaust und merkst, Gott hätte mich schon längst zurückgeholt, aber ich habe seine Stimme ignoriert. Ich habe nicht zugehört, wenn er zu mir gesprochen hat. Aber als Daniel weiter in der Bibel blättert und sich erinnert an das, was er aus dem Wort Gottes weiß, erinnert er sich eine alte Geschichte, nämlich genau diese Geschichte, die wir uns gerade angeschaut haben, die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, vom Passa. Die Geschichte, die in seiner Zeit schon 900 Jahre alt war. So als wenn man heute eine Geschichte irgendwo aus dem Hochmittelalter hat. Lang, lang ist es her. Aber Daniel wusste, so wie Gott damals den Menschen zur Zeit Mose geholfen hatte, weil sie glaubten, dass er etwas 400 Jahre vorher schon getan hatte. So ist Gottes Wort niemals wirklich alt. So sagt Daniel, nun aber her, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und den Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag mit anderen Worten, was er sagt ist, Gott, du hast uns aus Ägypten geführt, du kannst uns auch aus Babylon führen. Das, was du vor 900 Jahren getan hast, das kannst du heute noch tun. Viele Menschen lesen die Bibel und bewundern einen Gott der Vergangenheit, aber Gott sagt, ich bin nicht ein Gott der Vergangenheit. Ich bin zwar der Gott Abrams, Isaks und Jakobs, aber mein Name ist Ich Bin. Ich bin jetzt hier, heute für dich da. Und warum lesen wir Geschichten der Bibel? Warum lesen wir von Mose und von Daniel und aus dem Neuen Testament? Damit wir wissen dürfen, dass der Gott, der damals diesen Menschen in diesen Situationen geholfen hat, uns auch helfen kann, wenn wir dieselben Probleme des Zweifels, der Sünde, der Anfechtung, der Gefahr haben, auch wenn wir vielleicht nicht in Babylon oder in Ägypten sitzen. Die eigentlichen Probleme unseres menschlichen Herzens sind alle dieselben. Daniel erinnert sich, Gott, du hast uns herausgeführt, dein Feuer hat uns damals aus Ägypten geführt, wirst du uns auch von dieser Knechtschaft erlösen. Man hat den Eindruck, wenn man das Gebet von Daniel sich anschaut, dass seine größte Not nicht einmal war, dass sie im Exil in Babylon waren, sondern ihre größte Not, seine größte Not, die größte Not des Volkes Israel war, dass sie eigentlich so sehr in der Sünde hingen. Neige dein Gott, neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist, der nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit will. Bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit will. Er sagt mit anderen Worten, wir sind nicht so besonders gut und besonders toll, dass wir jetzt hier irgendwie uns entsprechend empfehlen könnten, Gott, wenn du uns rettest, dann nicht, weil wir gut sind, sondern weil du uns magst. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht gut genug bist, dass es nicht ausreicht, was du tust, um Gott zu gefallen. Hör mir gut zu, lieber Freund, liebe Freundin, Gott rettet niemanden, weil derjenige gut genug ist. Gott rettet Menschen, weil er sie liebt. Gerade solche hilflosen, ungenügenden Menschen wie dich und mich. Und weil der Daniel glaubt, dass die Errettung nicht aufgrund seiner Werke oder seines Charakters basiert, sondern die Errettung basiert auf der Barmherzigkeit und Liebe Gottes, deswegen kann er ihn mit richtigem Eifer auffordern, etwas zu tun. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner Selbstwillen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Wir dürfen Gott bitten, uns zu retten. Wir dürfen ihm sagen, Herr, tu etwas in meinem Leben, vergib mir, achte und handle, zögere nicht. Während er dies noch betete, erhält er eine Antwort. Er hatte schon, und die Zeit würde nicht reichen, über all die Prophezeiungen und Visionen Daniels zu reden, die es in diesem wunderbaren Buch Daniel gibt. Es lohnt sich, vielleicht einmal auch auf die Suche zu gehen. Wir haben zum Beispiel auch auf Jolen Media eine Reihe von Vorträgen über die verschiedenen Prophezeiungen, auch auf der Seite, auch in Bern vor zwei Jahren haben wir eine Vortragsweise gehabt über verschiedene Prophezeiungen im Buch Daniel. Das lohnt sich, das mal genau zu studieren. Daniel hat immer wieder Besuch von einem Engel bekommen, der ihm Dinge erklärt hat, die in der Zukunft geschehen würden. Und dieser Engel, Gabriel, erscheint ihm wieder. Und er sagt zu ihm, als du anfingst zu beten, er ging ein Wort und ich bin gekommen, um es dir zu verkündigen, denn du bist ein viel Geliebter. So, achte nun auf das Wort und verstehe, das Gesicht. Übrigens, hier ist ein ganz interessanter und schöner, praktischer Punkt, den ich nicht übergehen möchte. Daniel betete eine geraume Zeit. Immer wieder. Und Daniel erhält jetzt folgende Zusage. Als du anfingst zu beten, er ging ein Wort. Manchmal sagen wir Menschen, ich traue mich nicht zu beten, ich weiß nicht, wie ich beten soll, ich finde da nicht richtigen Worte, ich kenne das nicht so richtig. Der Engel Gabriel kam nicht zu Daniel, weil Gott sich erst mal das Gebet von Daniel angehört hat und dann gesagt hat, ja, das war recht gut formuliert, das gefällt mir, das könnte ich beantworten. Vielleicht haben wir manchmal so eine Vorstellung von Gebet, dass man besonders lang, besonders schön, besonders intensiv beten muss, vielleicht mit bestimmten Hilfsmitteln. Nein, als der Daniel auf seine Knie ging und einfach loslegte, als er anfing zu beten, er hatte kaum die ersten Worte gesagt, war Gott schon längst daran, sein Gebet zu erhören. Wir sehen vielleicht nicht immer die Erhöhung des Gebetes sofort, aber wir dürfen wissen, in dem Moment, wo ich anfange zu beten, ist Gott schon längst am Wirken. So, achten auf das Wort und verstehe das Gesicht, das waren die Worte von Gapel, der ihm jetzt einen Ausweg zeigt. Einen Ausweg aus der Knechtschaft. Nicht nur aus der Knechtschaft aus Babylon, sondern tiefer. Ein Ausweg aus der Knechtschaft von der Sünde. Über dein Volk, das ist das Volk Israel, über deine heilige Stadt, das sind Jerusalem, sind 70 Wochen bestimmt. Nun, ein bisschen Mathematik werden wir heute Abend gebrauchen und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich mit Zahlen angefreundet hat im Laufe seines Lebens. Nicht jeder ist begeistert von Mathematik, aber diese Aufgaben werden wir gemeinsam alle gut lösen können. 70 Wochen sind wie viel Tage? Das ist gar nicht so schwer. 70 mal 7, da kommt es einem zugute, wenn man das kleine 1 mal 1 gelernt hat und dann noch eine 0 anfügt. dann kommt man nämlich auf ganz genau und wahrscheinlich haben es die meisten schon ausgerechnet 490 Tage. Jetzt gibt es eine interessante Sache in der biblischen Prophetie, die man dazu wissen darf, nämlich im Buch Hesekiel Kapitel 4 Vers 6 wird uns ein Umrechnungsschlüssel, insbesondere auch für die großen Prophezeiungen in den Büchern Daniel und Offenbarung gegeben und es lohnt sich, solche Schlüsselverse im Hinterkopf zu behalten, weil man damit ganz viele Prophezeiungen der Bibel dann besser verstehen kann, nämlich ein Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen, also ein Tag steht in der biblischen Prophetie für ein Jahr und die Umrechnung, die kriegen wir alle hin, 490 Tage sind dann richtig 490 Jahre. Nun, was sollte denn innerhalb dieses knappen Jahrtausends passieren? Wozu waren diese 490 Jahre abgeschnitten oder bestimmt? Wie man auch im Hebräischen sagen kann. 70 Wochen sind bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Der Engel Gabriel sagt, innerhalb dieser 490 Jahre wird das Problem der Sünde ein für allemal gelöst und eine ewige Gerechtigkeit wird herbeigeführt. Wer gestern Abend mit dabei war, der wird sich erinnern an die anderen Prophezeiungen, die Propheten wie Jeremia, der eine Generation vor Daniel lebte und die haben sich zeitlich noch ein bisschen überschnitten wohl, definitiv, der auch von dieser Gerechtigkeit sprach und zwar nicht einfach nur von einer abstrakten Gerechtigkeit, sondern von einer Person, die kommen würde. Sieh es, kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden, so sehr, dass man ihm den Namen geben wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel sicher wohnen und das ist der Name, den man ihm geben wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ja, dieser kommende König, von dem schon Jesaja und Jeremia, ja schon David gesprochen hatte, dieser kommende König ist Hauptgegenstand dieser Prophezeiung in Daniel 9. Von ihm heißt es, er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Wenn du dich fragst, liebe Freunde, liebe Freundinnen, was ist dieser feste Bund, dann kann ich dir nur raten, egal was du morgen Abend vorhast, bitte verpasse das Thema morgen nicht, wir werden morgen ganz ausführlich über diesen Bund sprechen, von dem hier die Rede ist und werden dann sozusagen die zweite Hälfte dieses Themas dann zusammenfügen können und ein Gesamtbild bekommen. Also Gabriel sagt ihm ganz deutlich, da wird ein König kommen, der einen festen Bund machen wird und Sünde und Schuld wird abgetan werden. Das Problem der Sünde wird gelöst, wenn eine ewige Gerechtigkeit kommt. Aber wie genau soll man das berechnen? Daniel 9, Vers 25. So wisse und verstehe. Achtung, man soll also biblische Prophetie verstehen können. Es gibt immer wieder Menschen, vor allem auch viele Christen, die denken, die Bücher Daniel und Offenbarungen sind so versiegelt, dass kein Mensch sie verstehen kann, es sei denn, er hat irgendwie fünf theologische Doktortitel oder so. Nein, Gott möchte, dass wir es verstehen und wir können uns da mit Zuversicht ranwagen, um diese Aussagen wirklich begreifen zu können. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Der Anfangspunkt für diese 490 Jahre sollte also ein Erlass sein, ein Gesetz, ein Edikt, das besagen würde, dass die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Die lag ja in Trümmern wegen den Babyloniern, die das Volk Judah in die babylonische Gefangenschaft geführt hatten. Die meisten Stämme Israels waren sowieso schon vorher von den Assyrien verschleppt worden und Nebukadnezar, der König Babylon, dessen originaler Name Nabukodori Uzzur II. heißt, der hatte in drei Kampagnen Jerusalem angegriffen, 605 vor Christus, dort einige königliche Gefangene mitgenommen, unter anderem den Daniel und seine Freunde und dann 597 und zwar am 16. März, eines der spektakulärsten Daten der biblischen Geschichte, können wir bis auf den Tag genau aufgrund von babylonischen Quellen datieren, das ist nicht heute unser Thema, und dann 586 vor Christus, als dann die Stadt und der Palast und die Mauern und der Tempel niedergebrannt worden sind. Und jahrzehntelang lag Jerusalem in Trümmern, bis die Babylonier selbst besiegt worden durch worden sind durch den General Kyrus, der bald darauf auch König über das sich jetzt ausbreitende medopersische Weltreich wurde und der schon ziemlich zum Beginn seiner Regierung einen Erlass gab, dass die Juden zurück durften in ihr Land. Der Kyrus war sehr tolerant, was Religion betraf und so hatte ihnen die Gelegenheit gegeben, sich wieder in ihrer Heimat anzusiedeln und gab ihnen auch die explizite Erlaubnis, dort den Tempel wieder aufzubauen, sodass die jüdische Religion weiter ausgeübt werden konnte. So sind in dieser Zeit eine ganze Reihe von Israeliten unter der Führung von Zerubabel, einem Spross der königlichen Linie und einem Joshua, einem hohen Priester, dort nach Palästina zurückgekehrt und haben angefangen den Tempel zu bauen. Das hat dann dazu geführt, dass die Nachbarn der umliegenden Völker sozusagen sich beschwerten, weil sie wollten nicht, dass dieser Tempel gebaut wird und das gab dann ein ziemliches Hin und Her schon zur Zeit von Kyrus und dann auch in der Zeit von Kambysis, seinem Nachfolger und dann als in einer kurzen Phase, in einer turbulenten Bürgerkriegsphase des Persischen Reiches ein gewisser Bardia an die Macht kam, der auch als der Fall des Smerdes oder Gautama bekannt ist, wurde dieser Tempelbau gestoppt und dann als Darius der Große, Darius der Erste, König wurde und diesen falschen Smerdes vom Thron verjagte, gab er kurz darauf auf Anfrage aus Palästina, aus Judah, wieder die Erlaubnis an diesem Tempel weiterbauen zu können und so ist dann innerhalb einiger Jahre der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut worden. Die Mauern und die weitestgehende restliche Stadt lagen aber weiterhin in Trümmern. Es dauerte noch ungefähr ein halbes Jahrhundert bis ein späterer persischer König mit Namen Artaxerxes I. Man hat auch Artaxerxes Longimanus genannt, einen Erlass gab zur Zeit des biblischen Schreibers Esra, wonach eine neue Welle an Siedlern zurückkehren durfte mit der expliziten Erlaubnis, sich jetzt selbst versorgen zu dürfen, autonom verwalten zu dürfen und sich auch selbst verteidigen zu dürfen und damit begann der Bau an der Mauer. Es hat noch einige Jahre dann gedauert, bis die ganze vollendet gewesen ist und die Stadt wieder völlig verteidigbar war. Das war unter der Zeit von Nehemiah dann. Aber mit diesem Erlass, diesem dritten Erlass von Artaxerxes war eigentlich genau dieser Startpunkt gegeben. Das war im Jahre 457 vor Christus. In Esra 7 kann man den kompletten Erlass lesen. Dort ist von dem siebten Jahr des Königs Artaxerxes die Rede und das ist exakt das Jahr 457 vor Christus gewesen. Nun, aber was sollte passieren von diesem Erlass an? Also wir lesen nochmal in Daniel 9 Vers 25 muss es sein vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten dem Fürsten vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Jetzt 7 plus 62 das ist Mathe Klasse 2 das kriegen wir gut hin 7 plus 62 sind 69 aber 69 Wochen haben wie viele Tage die Aufgabe ist jetzt 69 mal 7 in den vergangenen fast 10 Jahren habe ich festgestellt es gibt zwei Gruppen von Menschen die einen rechnen 69 mal 7 die anderen rechnen 70 mal 7 und ziehen dann 7 ab ich weiß nicht genau zu wem du zählst aber auf jeden Fall soll das Ergebnis gleich sein 683 Jahren wenn man also und das ist jetzt unsere unsere vielleicht größte Aufgabe 457 vor Christus ist und dann 483 Jahre voraus geht wo kommt man an wir haben jetzt nicht die Zeit dass jeder das zu Hause erstmal schriftlich ausrechnen kann es ist das Jahr 27 wenn jemand schnell im Kopf gewesen ist dann hat er wahrscheinlich das Jahr 26 rausbekommen ich würde ganz kurz erklären was hier los ist wenn wir auf einem zahlenstrahl schauen dann würde man eigentlich das Jahr 26 erwarten das liegt daran wenn man zum zahlenstrahl die minus 2 hat und dann 3 nach vorne geht dann kommt man von minus 2 zu minus 1 zu 0 und zu 1 also minus 2 plus 3 sind 1 aber wir haben es bei Jahren ja nicht mit Punkten zu tun sondern mit Zwischenräumen sozusagen es gibt sozusagen das Jahr minus 1 das ist das Jahr vor Christus und dann das Jahr minus 2 und dann kommt danach das Jahr 1 und 2 wenn ich jetzt also vom Jahr minus 2 das kann man auf der Folie gut nachvollziehen drei Jahre vorwärts gehe dann komme ich nicht im Jahre 1 raus sondern im Jahre 2 man muss also rechnerisch immer quasi noch eine Zahl dazu zählen deswegen ist es 27 und nicht 26 liegt einfach nur an diesem mathematischen Phänomen wir lesen wir lesen in Lukas 3 Vers 1 aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius als Pontius Pilatus Stadtteilter von Judea war und so weiter das 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius scheint wenn man oberflächlich das betrachtet das Jahr 29 gewesen zu sein weil Tiberius im Jahre 14 Kaiser wurde wir wissen aber von einem zeitgenössischen Historiker von Villeius Pataculus dass schon um 13 zwischen 12 und 13 er bereits zum Mitkaiser erhoben worden ist durch seinen Vater Augustus seinen Adoptivvater Augustus und dass in den Provinzen zu denen auch Judea zählte ab diesem Zeitpunkt bereits die Tiberius die Kaiserherrschaft von Tiberius datiert worden ist das heißt das 15. Jahr der Regierung war das Jahr 27 genau in diesem Jahr exakt 483 Jahre nach dem Erlass von Ataxaxus trat Johannes Johannan unser Influencer vom ersten Abend am Jordan auf und begann zu taufen nicht nur alle möglichen Menschen die zu ihm kamen sondern auch Jesus Johannes 1 Vers 29 heißt es am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht siehe das Lamm Gottes das die Sünde der Welt hinwegnimmt der das Problem der Sünde löst das Lamm das freimacht gestern den denn so gebührt es zu tun die Sünde abzutun die Missetat zu sühlen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizubringen König der König König der Gerechtigkeit und so wurde er getauft und zwar exakt in dem Jahr von dem die Prophetie vorhergesagt hatte dass er in diesem Jahr getauft werden würde und dann passierte etwas was es seit 4000 Jahren nicht gegeben hatte wir lesen weiter und als Jesus getauft war stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen und siehe eine Stimme kam vom Himmel und sprach dies ist mein geliebter Sohn an dem ich wohl gefallen habe wir haben gesehen als Adam und Eva gesündigt hatten da war die Verbindung zwischen Gott dem Vater und der Menschheit gekappt worden es war der Sohn Gottes das Wort Gottes es war der Sohn Gottes der jetzt weiterhin die Kommunikation zwischen den Menschen und Gott dem Vater aufrecht erhielt hier zum ersten Mal seit den Tagen von Eden hörte man die Stimme des Vaters durch Jesus war es wieder möglich dass ein Mensch mit Gott dem Vater dass die Menschheit in Jesus mit dem Vater Kontakt aufnehmen konnte die Verbindung war wiederhergestellt und der Geist Gottes kam auf ihn um ihn zu salben so sagt es Apostelgeschichte 10 wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat denn es sollte ja der Gesalbte kommen so hatte Daniel 9 vorhergesagt 483 Jahre bis zu dem Gesalbten dem Maschach dem Messias der König der Gerechtigkeit und was tat er er zog umher und tat Gutes wie es hier heißt und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte die vom Teufel überwältigt waren denn Gott war mit ihm die Menschen warteten auf einen Befreier von den Römern aber er kam um den größten Feind den Satan zu besiegen und Menschen von dieser Knechtschaft zu befreien das war genau das was vorhergesagt worden war von Jesaja der Geist des Herrn des Herrschers ist auf mir der Gesalbte würde was tun weil der Herr mich gesalbt hat den Armen frohe Botschaft zu verkünden die gute Nachricht das Evangelium er hat mich gesandt zu verbinden die zerbrochenen Herzen sind den gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den gebunden um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn mit anderen Worten im Jahre 27 erfüllte sich eine spektakuläre Zeit Prophezeiung 483 Jahre nach dem Erlass von Ataxerxes war der Gesalbte gekommen und woran konnte man es erkennen was waren die Zeichen der Zeit 483 Jahre er würde eine gute Botschaft predigen er würde die Gefangenen befreien er würde die zerbrochenen Herzen verbinden das waren die Zeichen der Zeit wenn ein Dach kaputt ging weil ein gelähmter durch das Dach hindurch gebracht worden ist um von Jesus geheilt zu werden war das ein Zeichen der Zeit wenn Jesus die Blinden sehend machte die lahmen sprangen wenn Tote auferstanden wenn er in Gleichnissen und Bildern die gute Nachricht predigte war das das Zeichen der Zeit dass die Prophetie sich erfüllte und da gab es hunderte und tausende und zehntausende Menschen die die Bibel lasen und auf Zeichen warteten aber die eigentlichen Zeichen der Zeit verpassten ich frage mich wie viele Menschen schauen heute in die Welt und suchen nach äußerlichen Zeichen und verpassen die eigentlichen Zeichen der prophetischen Zeit wir werden vor allem am Freitag und am Samstagabend einiges mehr über dieses Thema noch sagen deswegen sprach Jesus die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe tut Buße und glaubt an das Evangelium an die gute Nachricht dieses Evangelium das nicht einfach nur eine weitere Theorie im großen gemischt waren Laden der Religion ist nein dieses Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden der glaubt denn das Lamm macht frei das haben wir beim Auszug aus Ägypten gelernt an dem Tag wo man sich zum Lamm Gottes bekennt wird man frei da ist Kraft im Evangelium liebe Freunde liebe Freundin ich kann das nur predigen ich kann nur davon erzählen wie Jesus in meinem Leben immer und immer wieder seine Kraft gezeigt hat aber die einzige Möglichkeit für dich diese Kraft zu erleben ist zu glauben dass Gott nicht nur ein Gott der Vergangenheit ist und früher große Dinge getan hat sondern dass er jetzt hier heute heute Abend für dich etwas Großes tun möchte dass er dir vergeben kann deine Schuld nehmen kann dass er dich errettet dann 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 vor her und nach den 62 wochen wird der gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden er wird mit den vielen einen festen Bund schließen eine Woche lang und in der Mitte der Woche in dieser letzten Woche wir haben gesehen es waren 483 Jahre von 490 schon weg in dieser letzten Woche in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speis Opfer aufhören lassen nun wir wissen eine Woche das ist nicht schwer hat wie viele Tage sieben stück und wenn man sieben in zwei hälften teilt dann erhält man dreieinhalb Tage und dreieinhalb Tage das können wir jetzt schon kinder leicht umrechnen fast Experten in biblischer Prophetie in dieser Hinsicht dreieinhalb Tage sind dreieinhalb Jahre Jesus begann seinen Dienst und wusste er hat dreieinhalb Jahre als er am Jordan getauft war war es gerade Herbst auch der Erlass von Adaxerxes ist wohl im Herbst gegeben worden ein halbes Jahr lang war er größtenteils den meisten gar nicht wirklich bekannt er hatte seine ersten Jünger bekommen er hatte danach der Tauf auch diese intensive Zeit der Versuch in der Wüste gehabt und nach einem halben Jahr trat er zum ersten Mal öffentlich in Jerusalem auf während des Passafestes im Tempel wo er damals sogar den Tempel reinigte wie es die Bibel sagt und die eigentliche Intention Gottes mit diesem Tempel wiederherstellen wollte im Zuge dieser sogenannten ersten Tempelreinigung heißt es hier Jesus antwortet und sprach zu ihnen brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden Achtung Erinnerung wir haben ja gestern davon gesprochen von diesem großen Sightseeing Effekt den der Tempel hatte und du willst ihn in drei Tagen aufrichten er aber redete von dem Tempel seines Leibes Jesus sagte ihnen ihr werdet mich töten und innerhalb von drei Tagen werde ich selbst diesen Tempel wieder aufrichten ich werde mir das Leben wieder geben ein Jahr lang wirkte er vor allem in Judäa ging ab und zu auch wieder in seine Heimat zurück aber war vor allem in der Gegend des Jordan und in Judäa tätig bis er dann vertrieben wurde und er um die Zeit des Passa 29 nach Galiläa ging und dort für ein Jahr lang seine Macht und seine seine Güte seine Liebe entfaltete in Markus 1 lesen wir davon nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes ein Jahr lang das waren jetzt insgesamt schon zweieinhalb Jahre bis dann zur großen Krise bis dann zur großen Krise die eintraten nachdem Jesus zur Zeit des Passas und zwar jetzt des dritten Passas 5000 Männer plus Frauen plus Kinder satt machte mit fünf Broten und zwei Fischen und sie ihn zum König krönen wollten sie ihm die Corona aufsetzen wollten und er wie nie zuvor mit einer Deutlichkeit sich weigerte das Evangelium mit Politik zu vermischen und die Menschen dann anfingen ihn zu verlassen vor allem als er deutlich machte wie sehr sie eigentlich von ihm abhängig sein würden er sagte in Johannes 6 Vers 51 ich bin das lebendige Brot das aus dem Himmel herabgekommen ist wenn jemand von diesem Brot ist so wird er leben in Ewigkeit das Brot aber das ich geben werde ist mein Fleisch das ich geben werde für das Leben der Welt noch ein Jahr hatte er er hat sich zum Teil in diesem letzten Jahr zurückgezogen ist in heidnische Gebiete gegangen mit seinen Jüngern hat zum Teil in Tarea und in Samaria gewirkt und dann irgendwann sich langsam Richtung Jerusalem begegten kurz vor dem Passa 31 als dreieinhalb Jahre um waren wurde er mit ich hätte beinahe gesagt mit Pauken und Trompeten mit Palmzweigen und Hosianna begrüßt als der König Israels das Passa war nahe die dreieinhalb Jahre der Prophezeiung waren da die Zeichen der Zeit erfüllten sich Jesus hat direkt davor mit seinen Jüngern das berühmte Abendmahl gefeiert hat ihnen Brot und Traubensaft gegeben um ihnen deutlich zu machen wie wir hier lesen als sie nun aßen nahm Jesus das Brot und sprach den Segen brach es gab es den Jüngern und sprach nehmt es das ist mein Leib genau das was er ein Jahr zuvor gesagt hatte und er nahm den Kelch und dankte gab ihnen denselben und sprach trinkt alle daraus denn das ist mein Blut das des neuen Bundes das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden noch am selben Abend war er im Garten Gethsemane und die Sünden der Welt meine Sünden deine Sünden die Sünden aller Kommandanten von Auschwitz aller Vergewaltiger aller Mörder all der schlimmen Menschen die jemals existiert haben alle großen kleinen alle Sünden wurden auf ihn gelegt und das war eine immense Last und dann nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich und er fing an betrübt zu werden und ihm graute sehr da sprach er zu ihnen meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod bleibt hier und wacht mit mir und er ging ein wenig weiter warf sich auf sein Angesicht betete und sprach mein Vater ist es möglich so gehe dieser Kelch an mir vorüber Jesus kam an den Punkt als die Last so groß war dass er sich wünschte es gäbe einen anderen Weg der Kelch zitterte in seiner Hand und er fragte sich ist es möglich einen anderen Weg zu gehen als den den wir im Himmel beschlossen haben und dann sagt er diese unglaublich interessanten Worte doch nicht wie ich will sondern wie du willst er wusste was das für ihn bedeutet aber er hatte gelernt er wusste dass sein Vater dass er nur das Beste wollte und er wusste dass obwohl er in dem Moment den Eindruck hatte dass es schrecklich sein würde obwohl seine Gefühle und Emotionen und Umstände irgendwie dagegen zu sein schienen wusste er es kommt der Zeitpunkt und es gab den Zeitpunkt und es kommt wieder Zeitpunkt wo er mit dieser Entscheidung hundertprozentig übereinstimmen würde er hatte sie ja selbst gefällt er hat er selbst im Himmel vorgeschlagen diesen Weg einzuschlagen es war ja sein Wunsch gewesen und er würde irgendwann wieder im Himmel wenn er einmal all die Erlösen sehen würde dankbar sein dass sein Vater ihm keine andere Option offenbart hat Jesus weiß was es bedeutet gegen die eigenen Gefühle und gegen die Umstände sich zu entscheiden zu glauben dass Gottes Weg der Beste ist denn Gott ist die Liebe und er ist es immer wie wird sagt nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat wird er seine Lust sehen und die Fülle haben er konnte dann im Glauben annehmen dass es einen Zeitpunkt geben wird wo er wissen würde das war die beste Entscheidung und so hat er sich freiwillig gegeben die Römer kamen und die Bibel sagt da verließen ihn alle und flohen er war gekommen um für die Menschen zu sterben aber sie ließen ihn alle im Stich einer verriet ihn der nächste verleugnete ihn aber all das hielt Jesus nicht auf er wurde vor Pontius Pilatus gestellt und wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen er wurde von den Römern misshandelt er hielt genau diese Krone der Dornen von dem wir schon vor zwei Abenden gesprochen haben und er wurde auf den Hügel Golgatha gebracht von dort als die Sünden der Welt auf ihn gelegt worden sind hat er sich nicht geweigert ich stelle mir vor es gab ja noch zwei andere die mit ihm zusammen gekreuzigt worden sind ich vermute mal ich bin noch nie gekreuzigt worden und ich hoffe ich werde es auch nie gekreuzigt werden aber ich vermute mal dass wenn man gekreuzigt wird und dass man sich dagegen wehrt oder wahrscheinlich haben diese Verbrecher die links und rechts neben ihm gekreuzigt worden sind irgendwie versucht das noch aufzuhalten so hoffnungslos wie es auch war so als ob sie sagen nein nein lass mich lass mich in Ruhe und dann wurden sie angenagelt aber Jesus hat nicht geflucht Jesus hat nicht Widerstand geleistet Jesus hat sich nicht beschwert Jesus hat seine Hand einfach hingelegt denn er wollte für dich und für mich sterben er wusste er ist das Lamm Gottes und jeder der sich zu diesem Lamm bekennt jeder der das Blut dieses Lammes an seine Türpfosten streicht der wird frei und nicht erst in drei Wochen sondern noch an demselben Tag an demselben Abend Jesus starb zur richtigen Zeit genau dreieinhalb Jahre nach seinem Beginn des öffentlichen Wirkens genau zu der Zeit die der Prophet Daniel vorhergesagt hatte um diese ewige Gerechtigkeit zu bringen die Erlösung von aller Sünde und das galt nicht nur einem Volk oder einem Stamm oder einigen Eingeweihten jeder konnte davon profitieren und zwar noch am selben Tag da gab es jemand der von der Bibel nicht viel wusste jemand der eigentlich kein Jude war aber der Jesus sah und ihn gekreuzigt und wusste das ist der Sohn Gottes so wie er sich dort am Kreuz erhält und er nahm Jesus als seinen Erlöser dort an und die Bibel sagt denn so hat Gott die Welt geliebt dass es einen eingeborenen Sohn gab damit jeder der an ihn glaubt wer immer du auch bist lieber Freund liebe Freundin ob christlich aufgewachsen oder nicht ob du die Bibel kennst oder nicht das Blut Jesus spricht für dich und wenn du es für dich selbst für dein persönliches Leben in Anspruch nimmst heute Abend bist du heute Abend ein freier Mensch damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat du darfst wissen es gibt Hoffnung für dich es ist dein Wunsch diesem Jesus zu folgen es ist dein Wunsch dieses Blut für dein Leben für dein Haus in Anspruch zu nehmen es ist dein Wunsch der biblischen Prophetie zu glauben der guten Botschaft und die Zeichen der Zeit in deinem Leben zu erkennen dass Gott sich um dich bemüht Gott segne deine Entscheidung lass uns gemeinsam beten bevor wir dann zu den Fragen kommen lieber Vater im Himmel wir möchten dir von Herzen Dank sagen dass du durch deinen Heiligen Geist durch dein Wort zu uns sprichst und dass jeder der jetzt live zugehört und zugeschaut hat jeder der später dieses Video anschaut wissen darf dass in dem Moment wo wir das Blut das auf Golgatha für uns vergossen worden ist gemäß der biblischen Prophetie in dem Moment wo wir das in Anspruch nehmen dass wir freie Menschen sind dass unser komplettes Leben sich verändert dass eine neue Zeitrechnung beginnt so wie damals als die Israeliten Ägypten verlassen ein neuer Kalender begann dass unser Leben sich 180 Grad drehen kann danke her dass jesus für mich und für jeden einzelnen von uns gestorben ist dass er meine vielen sünden getragen hat und die vielen sünden die wir alle begangen haben und dass wir sie nicht länger tragen müssen dafür danken wir im Namen jesu amen bevor wir gleich zu den fragen kommen möchte ich natürlich uns noch einmal einladen morgen abend wie gesagt der zweite teil dieser thematik passer priester und posaunen als israel mit jesus zelten ging eines meiner absoluten lieblingsthemen bitte unter keinen umständen verpassen und dann am freitag abend was macht eigentlich jesus jetzt die dynamik der erlösung in unserer zeit da werden wir uns dann anschauen was gerade diese prophezeiung auch von daniel für uns zu bedeuten haben und dass das nicht nur sachen sind die sich vor vielen jahrhunderten erfüllt haben sondern bis in unsere zeit hinein reichen und dann am samstagabend die letzte prophezeiung jesus kommt wirst du ihn sehen und das solltet unter gar keinen umständen verpassen ich möchte natürlich jetzt noch einmal ganz wichtig darauf ch der rettende weg ein kleines büchlein über diesen wunderbaren jesus dann eine ganze beschreibung des lebens jesu aus der bibel heraus erklärt nämlich der sieg der liebe und natürlich das besonders interessante und spannende buch das durch die ganze kirchengeschichte und weltgeschichte erklärt wie diese große kamt zwischen gut und böse funktioniert das buch vom schatten zum licht am meisten natürlich möchte euch dieses buch hier empfehlen die bibel in der all das findet und in der gott in besonderer weise zu uns spricht wir wollen jetzt den fragen uns noch kurz widmen und die erste frage hier ist guten abend welche bibel übersetzung wird benutzt gute frage wir ich habe hier die schlachter 2000 die gefällt mir deswegen ganz gut weil sie ziemlich urtext treu ist und bibel und die ist allerdings mal etwas sperrig weil dort auch die griechische grammatik sozusagen eins zu eins übernommen wird und die ist im griechischen oft einfacher als wenn man es wörtlich übersetzt im deutschen man kann natürlich auch zur luther greifen und es gibt auch einige andere gute bibeln auch englischsprachige bibeln also es lohnt sich wenn man bibel dann genauer studiert dass man auch verschiedene übersetzungen zu rate zieht um wenn man einen schwierigen vers hat genau herauszufinden was da jetzt eigentlich gemeint ist warum mussten sie unbedingt nach joseim zurück konnte jesus nicht in babylon geboren werden vor allem wenn jesus später sagt dass die heiden in ehe aufgenommen hätten sehr gute frage die gefällt mir tatsächlich ist es so dass ja gottes plan war dass das volk israel mit dem messias gemeinsam zusammenwirken würde und da war es gottes plan das sieht man sehr deutlich in vielen alttestamentischen propheten vielen auch bei den kleinen propheten dass eigentlich dass die stadt jerusalem das volk das land palästina so eine art magnet sein sollte und die völker sollten dann nach jerusalem kommen um dort die gute nachricht zu hören das war die idee das kann man zum beispiel in jesaja zwei nachlesen oder vielen anderen prophezeiungen das ist dann am ende nicht so gekommen weil das neue testament sagt dass die geschichte anders verlaufen ist als gott sich das gewünscht hatte gott hat trotzdem natürlich seinen plan nicht aufgegeben und hat dann den nachfolgern christi den nachfolgern jesu diesen auftrag gegeben da werden wir auch noch drüber sprechen aber eigentlich war das gottes plan dass jerusalem zu einem zentrum wird sieht man auch bei hezekiel zum beispiel in den letzten kapiteln nichtsdestotrotz war also diese idee mit jerusalem immer so dass es ein segen für die ganze welt sein sollte für alle nationen das haben wir schon gesehen auch abraham der gründungsvater israels sozusagen sollte ja in ihm sollten alle völker der erde gesegnet werden wenn gott wartet bis er gebet erhört woher wissen wir ob wir ausdauernd sein sollten oder ob dieses gebet nicht von gott erhört wird warum konnte daniel so sicher sein dass sein gebet erhört sehr gute frage wir dürfen wissen dass gott jedes gebet hört also wir müssen uns niemals angst machen angst haben dass wir beten und dann ein gebet vielleicht gar nicht ankommt wie man eine e-mail schreibt und dann dann ist das postfach voll und dann kommt sie zurück oder so gottes gebete werden unsere gebete zu gott werden immer gottes thron erreichen aber nicht alles was wir bitten ist gut für uns jeder der ein kind hat weiß vielleicht dass kinder manchmal dinge unbedingt wollen und der meinung sind dass das beste für sie ist und die eltern wissen dann das ist jetzt nicht das beste und eltern haben dann hoffentlich das beste für ihre kinder im sinn und erfüllen nicht jede bitte wir haben ja gesagt gott ist die liebe das bedeutet nicht dass er alle unsere wünsche erfüllt es bedeutet dass er das beste für uns tut seinem willen bitten dass wir es dann haben wir lesen in 1. johannes kapitel 5 und es gibt einige theme die einige bibelferse die zu dem thema etwas sagen es heißt in 1. johannes 5 vers 14 und das ist die freimütigkeit die wir ihm gegenüber haben dass er uns hört wenn wir seinem willen gemäß um etwas bitten wenn ich also bete her ich wünsche mir wirklich von ganzem herzen diesen roten ferrari ich könnte ja auch damit dein werk tun dann habe ich keine grundlage von der ich weiß dass es unbedingt wahrscheinlich gottes wille ist dass ich den roten ferrari fahre könnte tatsächlich möglicherweise in einem bestimmten umstand auch so sein aber es gibt keine keine verlässliche verheißung dass gott sagt alle die mir nachfolgen werden roten ferrari fahren die bibel sagt aber dass alle die dass es gottes ausdrücklicher wunsch ist dass wir alle gerettet werden wir sehen in johannes 3 vers 16 dass gott die welt so geliebt hat dass jeder der an jesus glaubt gerettet werden kann er sagt wendet euch zu mir alle enden der erde gott will dass alle menschen gerettet werden zur erkenntnis der wahrheit kommen so sagt es das neue testament wenn ich also bete dass gott mir meine sünden vergibt bitte ich etwas von dem ich weiß weil ich es lesen kann dass gott sich das auch wünscht und das ist genau das was ja daniel gebetet hat er hat gebetet dass gott sünde vergibt dass er wiederherstellt das ein gebet das immer beantwortet wird wenn ich also bete um das praktisch zu machen her bitte gib dass ich erkenne dass ich jesus als mein erlöser brauche bitte komm in mein leben dann wird gott dieses gebet erhören weil es ist sein wunsch er zieht ja schon längst an dir und er würde niemals dieses gebet nicht erhören es wird immer wieder von engeln die zu den menschen gesprochen die zu den menschen geredet haben sprechen die engel auch heute noch zu uns sehr gute frage tatsächlich finden wir in der bibel sowohl im alten als auch im neuen testament immer wieder geschichten wo engel aktiv gewesen sind wo engel gesprochen haben man muss jetzt nicht den eindruck haben dass dort jede woche engel menschen erschienen sind dafür auch nicht vergessen dass in der bibel geschichten zusammengefasst sind die über viele jahrhunderte und jahrtausende gespielt haben aber das würde jetzt hier vielleicht zu weit auszuführen es gibt auch heute immer wieder menschen die berichten dass sie engeln begegnet sind oder personen begegnet sind die dann später nicht mehr da gewesen sind also sowas findet man immer wieder das gläubige davon berichten noch viel entscheidender als so reale engel begegnung glaube ich ist die tatsache dass engel in unserem leben als unsichtbare diener helfen die Bibel spricht davon dass die engel ausgesandt sind um denen zu helfen zum dienst für derer die das heilerben sollen in hebräer 1 vers 14 das besondere an den engeln ist dass sie unglaublich viel für uns tun aber so bescheiden sind weil sie in der nähe gottes leben von ihm das färbt von gott ab so wie sie auch auf uns ab färben sollen wenn mit gott leben dass sie nicht was das zeigt so ein bisschen die gesinnung des himmels die engel arbeiten enorm viel ich glaube wenn wir ein engel wären wird nach einer woche mehr zu erzählen als unserem ganzen leben was wir alles menschen bewahrt haben und geholfen haben aber sie sind so bescheiden dass sie in allermeisten fällen überhaupt gar nicht groß von sich reden machen wahrscheinlich sind sie jetzt schmunzeln sie ein bibel sagt dass wir etwas geringer geschaffen worden sind als die engel das heißt sie sind stärker größer sie haben größere mächte als wir und trotzdem dienen sie uns und das zeigt auch etwas über die gesinnung und von daher glaube ich dass auch wenn vielleicht wir nicht jetzt ständig erfahrungen machen dass Engel mit uns reden wir wissen dürfen dass Engel immer um uns herum sind die dort in Vers 11 denn er wird seinen Engeln deinetwegen befehl geben dass sie dich behüten auf allen deinen wegen und das ist die verheißung die Gott gibt der Engel des herrn lagert sich um die her die ihn fürchten und wir dürfen wissen auch wenn wir heute Abend schlafen gehen dass Engel über uns machen weil Gott sie sendet um für uns zu wirken in diesem am Anfang des Vortrags beantworten werden bis dahin wünsche ich euch Gottes reichen Segen viel Freude wenn ihr auch euch mit dem Wort Gottes vielleicht noch weiter beschäftigt und wir sehen uns dann morgen zur gleichen Zeit wieder bis dahin Gottes Segen Amen